Auf die Arten, auf ihm ruhen natürlich die meisten der deutschen Hoffnungen. Er führt auch in der Weiserschaft mit zwei oder drei Punkten vor dem Mann, der auf den Zehn steht und sagt, das Duell. Dazwischen die Herren, Norris, Darubala, Piquet, Nui, Manzi, Pichu, das ist die Toten. Und dieser Mann steht auf der Magadore auf ihren Startplätzen. Noch einmal der Blick oben auf mit Schubacher. Der Mann hinten mit der grünen Flagge läuft durch, das heißt, Rettbetrieb bitte in dem Moment, in dem die Achtel rausgehen, das ist jetzt mit der Fahne. Und es kommt zunächst einmal der Mann mit der Siebenrann, er kommt von der vorne ganz offen weg. Ich muss jedenfalls, das ist jetzt dieser Autor, ein Schuss von uns, der Waffe. Und der hat die Karte, die uns auch nicht klar sind, RM, Jus, Günther und Neustadt mit dem, dass die Uhr runterticken. Die Uhr sprechen 33 Minuten plus dann noch eine letzte Runde, das also die Rettdauer, die Rettdistanz. Kornflug Und da kann sich das nämlich schon ändern, mit dem entsprechenden Windschirm, der hat Maximilian Günther auf Position 3 jetzt aufgenommen, zu JQs. Und der kann sich das versuchen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Jetzt nächste Chance, jetzt ist er ganz dicht dran. Mit der 7, wenn man dort ist mit der 31, wer hat die Fahrzeuger vorgelegt? Der Grund ist hier und das Fahrzeug ist hier. Auch auf der anderen Seite, eben wegen des Gegners, keinen Zentimeter verschicken. Das jetzt wird nur noch ins Kreuz. Jetzt kommt die Außengang rein. Da kann man die 7. Dann 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 kann man die 7. Dazu sagen, hat es auch noch ein bisschen was mit dem Herrn Papa zu tun. Er fährt die 8. Dann kann man die 8. Dann kann man die 8. Dann kann man die 8. Jetzt ist auch schon 36 Minuten innen. Und jetzt versucht er ein neues Aussehen. Und jetzt kommt er auf. Ja wo ist. Die Vorhände dieses Laufestorm 14 im Kalenderjahr 17 ist endlich geschafft. Lang, lange hat es versucht. Lange, lange hat sich Ralph Lauren gewährt. bis er zum letzten Endes schafft. Er soll sich da ankommen. Durch Anhang Ellen vorbei, also der innerhalb von nicht einmal einer Minute von Platz 1 auf Platz 3 zurückgereicht wird und demnächst das gut gemacht wird als wir jetzt sind, aber es ist, dass Aaron die Koppel zu nehmen. Und was Böse, wenn das jetzt gleich läuft Aaron, ja, jetzt gleich noch quasi vom Podium runtergehe für ihn. Und wenn das jetzt erreicht ist, findet sich der Jury Esten nur noch auf dem Position. Das tun wir, dass wir jetzt auch eine Zeit oder das mit einer Zeit aufpassen. Aber wenn das jetzt erreicht ist, findet sich der Jury Esten nur noch auf dem Position. ... den Europäer, der hier am Ende, ja, eben auch weil er richtig aggressiv war, immer an seine Chance geglaubt hat, zum dritten Mal in dieser Saison, das war auch mit drei Rennen.